Dankeschön. Danke an euch alle. Danke euch. Danke Willilein. Danke Giti. Du hast wieder unsere Ballerina. Na ja, das ist ja, welche Frau will nicht auf Händen getragen werden. Ja und gleich so oft beim Langsamenwalzer. Das motiviert mich so. Na wenn er mit Draht, dann brauch ich nicht hatschen. Und so viele Hebefiguren eingebaut, vielleicht können wir uns das auch nochmal in einer schönen Slow-Mo anschauen. Kurt Bonkratz, unser Regisseur, hat bestimmt die ein oder andere Slow-Mo schon vorbereitet. Das ist die Pensionisten-Choreografie. Der junge Mann arbeitet, die Dame sitzt und wartet. Schaut, ich bitte diese schöne Hebefigur an. Giti, was sagst du selber? Wer hat gesagt, ich bin elegant? Ich hab's gesagt. Ich sag das auch. Und du siehst es da ja. Was sagst du selber dazu? Wer kommt jetzt dran? Oh, was war denn da los eigentlich? Hat das Kreuz wehtan oder was war da? Als du dich nach vorne gebeugt hast, ganz kurz hab ich gedacht, oh, 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 da hat was wehtan. Nein, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich nicht so ungelenkig. Und außerdem, wurscht was die Jury sagt, ich hab ja schon gewonnen. Aus dem einfachen Grund, seit ich trainier. Weil früher bin ich mir so gegangen, so. Und jetzt geh ich schon etwas besser. Siehst du? Ich kann ja. Nein, ich. Nein, wirklich. Nein, das ist jetzt kein Spaß oder Schmäh. Das mein ich ernst. Ich werde auch, also solange ich bei Danzig start-up bin bleib, nicht, macht ihr es gescheit, dass ich länger drin bleib. Ich werde es machen. Aber nachher geh ich zweimal in der Woche. Das tut mir gut. Und alle dicken Mädels oder alle molligen Mädels, geht's tanzen, wird sehen, das macht Figur. Das ist echt geil. Entschuldige. Nein, nein, nein. Man muss ja gar nichts sagen bei dir. Du machst es einfach selber und das ist gut so. Jetzt fragen wir aber trotzdem noch kurz die Nicole. Nicole. Also ich muss sagen, Gitti, du hast es geschnallt. Weil das Tanzen ist für dich. Und nur für dich. Und nicht alle verstehen das. Und du hast es geschnallt. Und ich finde das absolut genial. Wenn ich jetzt zum englischen Walzer mich auch noch äussern muss, muss ich sagen, es war schon noch ein bisschen holprig. Und vielleicht noch nicht so ganz elegant, wie es in ein paar Wochen werden könnte. Ja, aber ich kann mich nicht so tehnern. Ich kann mich noch so elegant machen, schau immer aus wie der Husti Nettenbert. Es war schon in der Tantschule so, also in der Palettschule. Aber als Teddybär habe ich mehr Applaus bekommen, als die Puppenfädie tanzen wollte. Man muss seine Rolle finden und dann passt. Aber ich finde auch Willi ein Kompliment. Er hat eine sehr schöne Choreografie gemacht. Ich fand die Umarmungen am Anfang, fand ich sehr schön, dass du sogar die Augen geschlossen gehabt hast. Wir haben es noch nicht veröffentlicht. Das war sehr romantisch. Du hast eine sehr schöne Choreo gemacht. Ich habe wirklich so viel Spaß. Man sieht es und das springt drüber. Jetzt schaut der Papa nicht weiter. Wo bleibt der Spaß, Hannes? Ich habe einen Spaß gehabt. Aber ich muss eines sagen... Wenn du traurig sein willst, musst du eine Nachrichten ausschauen. Da ist er wahr. Kann ich einen Wunsch äußern? Ja. Lernen tanzen. Vielleicht nächstes Mal anders die Hebefigur. Was? Der Willi ist. Ich will... Nein. Ich bin ja schwache Frau. Schaut aber nicht so aus. Starker Charakter. Wir haben eh was probiert. Aber sowas des. So zum Tuch. Da bin ich auf jemanden drauf gekommen. Da werden wir bald gestorben. Ja. Trotz allem. Elegant. Es geht nicht besser momentan. Aber wir freuen uns auf nächste Woche. Ja und wie. Gibt es Numeros. Gut ist es gongen. Nichts ist geschehen. Ich schicke euch zum Klaus. Ich nehme das Mikrofon. Ihr haltet euch fest. Danke. Dankeschön. Danke. Jetzt machen wir einen Abgang. Jetzt machen wir einen Abgang. Tschüss mit dir und Willi Gabalier. Vier. Aber du bist der Wahnsinn. Na besser als gar nichts. Der Bayer schwitzt. Nur vom Buche Angst. Lieb dich nicht mit Zorn an. Nein. Kann es. Vier. Und ich freu mich auf nächste Woche. Ja dann hast du einen Zehner gehen müssen. Drei. Aber ich freu mich auch auf nächste Woche. Ganz schön. Wie viel haben wir es denn? Vierzehn. Ja. Vierzehn insgesamt. Und dann kommen noch Anrufe dazu. Ja.